Viele Eltern kennen das. Fällt plötzlich die Kinderbetreuung aus, weil etwa der Kindergarten geschlossen bleibt oder Schulstunden ausfallen, dann steht man vor einem großen Managementproblem. Was tun mit den Kindern? Familien intern versuchen wir es natürlich so gut wie möglich zu organisieren, aber es ist schwierig, weil mein Mann arbeitet in Linz, der fällt in der Form weg tagsüber und meine Eltern sind sehr fleißig, aber natürlich mit fortschreitendem Alter wird es natürlich auch schwieriger. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man zum einen von der öffentlichen Kinderbetreuung her gut organisiert ist, aber auch, dass die Unternehmen natürlich, wenn sie in der Form Angebote bieten, das unterstützt enorm. Ausgezeichnet als familienfreundliches Unternehmen ist sich die Salzburger G ihrer Verantwortung gegen ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern bewusst und setzt Maßnahmen, um Arbeits- und Familienleben ins Gleichgewicht zu bekommen. Also ich bin sehr froh, dass es so viele Angebote auf den Seiten der Salzburger gibt. Eben ist es die Kooperation mit einer Kinderbetreuungsstätte, es sind die flexiblen Arbeitszeiten, die Gleitzeit, die ich freigestalten kann, aber es sind eben auch Angebote wie das Kinderzimmer, wo ich einfach, wenn mal was Unvorhergesehenes passiert, nicht völlig ausfall, sondern wirklich die Möglichkeit habe, die Familie und den Beruf zu verbinden. Das Kinderzimmer ist ein vollwertiger Arbeitsplatz mit Kinderbereich für Kids zwischen 0 und 12 Jahren. In der neuen Arbeitswelt ändern sich die Anforderungen komplett und sehr schnell. Da ist es uns ein besonderes Anliegen, dass wir auch für unsere Kolleginnen und Kollegen die Vereinbarkeit von Beruf und von Familie bestmöglich abbilden. Daher haben wir jetzt ein sogenanntes Kinderzimmer eingerichtet. Immerhin fast 490 Eltern haben fast 780 Kinder unter 12 Jahren. Und da ist es immer wieder möglich, dass in der Beaufsichtigung plötzlich sogenannte Notfälle eintreten, weil das Kind krank ist, weil die Schule plötzlich ausfällt und viele andere Dinge. Daher bieten wir mit diesem Kinderzimmer, das ist ein Raum, in dem man gehen kann, in dem man das Kind mitnehmen kann, in dem man es beaufsichtigen kann, aber gleichzeitig auch der eigenen Arbeit nachgehen kann, bieten wir hier eine Möglichkeit, Beruf und Familie bestmöglich zu vereinbaren. Flexible Arbeitszeitmodelle, eine gesunde Work-Life-Balance und ein Angebot je nach Lebensabschnittsphase der Mitarbeiter sind Grundlage für unseren nachhaltigen Erfolg.